Wir zeigen heute hier SmartKai, eine Einparkhilfe XXL für große Seeschiffe. Häfen stehen vor einem großen Problem. Schiffe fahren ihre Infrastruktur kaputt. Das Besondere an SmartKai ist, dass es ein landbasiertes Anlegerassistenzsystem ist. Heute können wir ein Roll-on, Roll-off-Schiff, einen sogenannten Auto-Carrier, live beim Anlegen zusehen. Bei Strömung anzulegen ist nautisch sehr anspruchsvoll, genauso wie bei dem Wind, den wir jetzt haben. Daher messen wir mit den Laserscannern zentimetergenaue Abstände und berechnen daraus Anlängewinkel, Geschwindigkeiten von Bug und Heck und Schulter des Schiffes während des Anlegeprozesses. Dadurch, dass die Sensorik landseitig aufgebaut ist, brauchen Schiffsführer und Lotsen lediglich ein mobiles Endgerät. Für die Reederei bedeutet das keine teuren Kosten in schiffseitige Installationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017